Hallo, ich grüße dich, ich grüße euch, ich bin Dr. Jit Liuzzi, Gründer des Weltinstituts für Intuitive Intelligenz und Akademie Intuitive Wissenschaftler und ich mache gerne immer neue Forschung, immer alles neu, frisch, was einfach neue Dimensionen öffnen kann. Meine, diese Forschung, was mehrere Monate dauern wird, werde ich dann mit Theater und mit der Kunst des Dienen und sich bedienen lassen. Das wird in Teneriffa hier stattfinden. Vielleicht später werden wir das auch online machen können. Das kann sich auch als so Beratung für Firmen oder Organisationen. Für mich ist wichtig immer Lebensgenuss, Heilung, Entwicklung von individuellen Talente, Potenzialen, Transformation von Emotionen. So, dass wir einfach in den Realitäten der Menschen auch arbeiten können. Und eben Theatertechniken werden eingesetzt. Und wir werden folgende Themen, das was sich hier gibt auch, erarbeiten. Unterdrückte Emotionen, Lebensfreude, Aktivierung individuellen Potenzialen, Präsenz, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Glücklicharbeit. Und praktisch, wir betiteln diese Arbeit mit Ausbildung zum lustigen und bewussten Kellner. Weil der Kellner ist eine Figur, die oft übersehen wird. Geht es natürlich nicht um Kellner, sondern um Bedienen und sich bedienen lassen in vielen Bereichen des Lebens. Aber der Kellner ist eine wichtige Figur, finde ich. Also, um damit zu spielen, mit dieser Energie, wird uns Erkenntnisse über unsere Potenziale und es ist die schnellste Form der Transformation. Theater transformiert sehr schnell, manchmal schneller als drei Tage irgendeine Therapie. Diese Forschung ist geeignet für alle Leute, die gerne genießen, die sich weiterentwickeln und im Dienstleistungsbereich arbeiten. Auch natürlich Hotel, Führung, Personal, Gesundheitsdienst, Sozialdienst, im Familiensystem und, und, und. Das wird jetzt hier in Teneriffa erstmal jeden Dienstag stattfinden, Dienstagabend. Das kann sich natürlich ändern. Und Ort und Kosten werden noch bekannt gegeben. Melde dich an, wenn du Interesse hast. Mein Wunsch ist natürlich einmal kennenlernen, testen, aber sonst mehr monatige Zusammenarbeit, weil da kann sich am meisten entwickeln. Und eben, wichtig ist in meiner Forschung, ich unterrichte nichts, keine Methoden, ich habe kein System. Aber ich habe 30 Jahre jährige Erfahrung, um, wenn man zusammenkommt, die vorhandene Intelligenzen wertschätzen, hochheben, aktivieren, anwenden, damit, in dem einfach jeder Seins dazu beitragen kann, absolut sich eine neue Intelligenz entwickeln kann. Eine höhere Intelligenz. Weil es wird multipliziert. Also diese Synergie, da bin ich der Profi. Seit immer. Also ich werde das leiten. Und dann wird der Meme Portela, Theaterdirektor und Direktor des Instituts für Intuitive Intelligenz für Spanien. Dann andere aus unserer Institute. Sarah, die arbeiten gut. Adriano, Führungskompetenz. Daniela, Familiensystem. Oliver, Achtsamkeit und Stille. Raquel, Schwarm, Intelligenz. David, Klarheit und Präsenz. Laura, Visionen. Und so weiter. Und wir werden natürlich mit anderen Institute dann auch zusammenarbeiten. Und deswegen, wenn du Lust hast, einfach melde dich. Und einfach einmal zum Kennenlernen kannst du gerne kommen. Und dann freue ich mich auf das, was wir gemeinsam entwickeln können. Dankeschön. Wie. Und dann Gotham. Wie.